Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Beschreiben Sie sich mit eigenen Worten, um die Partnersuche zu erleichtern. Ja, mein Name ist Milan. Ich bin 75 Jahre alt, aber trotzdem noch sehr aktiv. Ich bin für alles offen. Ich bin ein humorvoller, loyaler Mann und suche eine sportliche, charmante Frau. Jacques! Inge! Warst du bei der Bank? Ja, ich war bei der Bank. Und? Es gibt ja immer noch irgendein Problem. Hast du... Ja, ich habe alle wichtigen Formulare ausgefüllt. Trotzdem schaffen sie es nicht, meine Überweisung zu bearbeiten. Ich verstehe das wirklich nicht. Aber du musst doch die Übernachtung und die Fahrt heute noch bezahlen. Ich weiß, ich weiß. Es tut mir leid, Inge. Das ist so peinlich. Erst lade ich dich ein und dann passiert sowas. Aber wenn die Bank das Problem nicht lösen kann, müssen wir stornieren. Auf keinen Fall. Du hast vielleicht Probleme mit deiner Bank. Trotzdem fahren wir ein paar Tage weg. Ja, ich kann die Reise doch bezahlen. Das ist kein Problem. Auf keinen Fall. Ach, Jacques! Du bist kein Fremder aus dem Internet. Ich habe dich nicht in irgendeinem Partnerportal kennengelernt. Ich kenne dich lange genug. Ich vertraue dir. Natürlich. Also, ich bezahle die Reise. Keine Diskussion. Wenn du unbedingt willst, kannst du mir das Geld zurückgeben, wenn du die Probleme mit der Bank gelöst hast. Einverstanden? Einverstanden.